Servus Freunde, ein ganz spontanes Video. Ich bin ein bisschen unterwegs am Sonntag und da war ich zufällig in der Nähe dieser kleinen Anlage, sagen wir mal so. Schauen wir mal, ich habe es nur mit dem Handy jetzt gefilmt. Und da war ich die Verbesserung, die ich auf dem Handy ausfällig bin. Ich habe es nur mit dem Handy, das ist nicht nur mit dem Handy. Ich habe es nur mit dem Handy, der sie auf dem Handy, die ich nicht so. Ich habe es nur mit der Hand und der Hand. Ich habe es nur mit dem Handy. Ich habe es nur mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020